Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2017 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis, auf der Strecke Berlin-Leipzig. Wir fahren jetzt gerade in Berlin-Südkreuz los, schließen die Türen in unserem wunderschönen Lufthansa Express, Lufthansa Airport Express und weiter geht's. Wir fahren ja quasi gerade einen historischen Zug, den gibt es ja so nicht mehr. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir nicht zu einem Airport fahren. Ich habe das Szenario ein bisschen abgeändert, weil ich eben einfach mal diesen Zug fahren wollte und auch die 111. Und ich finde diese Wagen und generell das Design sehr schön. Die gehen aber ziemlich nah an der Bahnsteigkante, also das ist schon fast gefährlich. Irgendwo beschleunigt hier gerade eine S-Bahn. Und wir sollten jetzt langsam auch mal ein bisschen in die Pötte kommen. Auch weil so eine S-Bahn natürlich wesentlich schneller ist, was Beschleunigung angeht. Ja, bis jetzt bin ich von der Strecke eigentlich ziemlich überzeugt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, war bei der Bewertung ganz oft die Kritik dabei, dass die PZB nicht funktioniert. Aber bis jetzt funktioniert sie wunderbar. Also ich hatte keine Probleme. Naja, okay, das kann vielleicht sein, weil im Karriereszenario ist, wie ich schon sagte, eben eigentlich eine 101 vorgesehen. Und wenn das die falsche, in Anführungsstrichen, 101 ist, dann hat die keine PZB. Ja, während die von Virtual Railroads natürlich eine PZB hat. Und ja, kann sein, dass deswegen einige dann eben kritisiert hatten, dass da keine PZB ist. Naja. Da kann ich eben nur dieses gute, ich werde nicht dafür bezahlt, dieses RW-Tool empfehlen. Weil damit kann man eben einfach Züge austauschen. Gibt es auch ein gutes Tutorial zu bei Rob spielt. Relativ altes Video sogar. Aber da kann man sich das mal angucken, wie man das macht. Und es ist wirklich wunderbar praktisch und eigentlich auch relativ einfach. So, Entschuldigung, da hat sich nochmal kurz die Krankheit gemeldet. Aber es ist auch kalt draußen. Das ist auch ein herbstliches Szenario. Spiel zu der Jahreszeit Herbst. Stürmisch und ja. Genauso stürmisch ist auch diese Lok. Oder so heiß, besser gesagt. Weil in der ersten Folge haben wir ja erstmal die Fahrmotoren überhitzt. Was man natürlich nicht machen sollte. Weil irgendwann ist die Lok dann halt auch wirklich kaputt. So, wir ruckeln hier jetzt leider gerade ein bisschen durch die Gegend. Das tut mir auch leid. So, jetzt fahren wir ein bisschen zu schnell. Jetzt sollen wir mal wieder ein bisschen eingrenzen. Wobei, jetzt dürfen wir sowieso 160 fahren. Dann ziehen wir auch locker an dieser S-Bahn vorbei. 160 ist auch die Maximalgeschwindigkeit von diesem Zug. Oh, ja. Nullstellungszwang hat dieses Ding natürlich auch. So, und jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Da hinten kommt uns auch wieder ein Kollege mit einem Intercity entgegen. Steuerwagen voraus. So, ja. 7 Uhr haben wir jetzt schon. Fahren wir schön ins die Morgensonne rein. Wobei, ich weiß gar nicht, wo die Sonne jetzt hier aufgeht. Ich weiß gar nicht, wie wir ausgerichtet sind gerade. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt hoffentlich gleich auch einen wunderschönen Sonnenaufgang sehen. Und dabei die Sifa nicht vergessen. Weil die Sifa darf man nicht vernachlässigen. Dann ist die Sifa böse. Sehr, sehr böse sogar. Was steht das mit den 160 eigentlich hier irgendwo? So, hier irgendwo stehen. Gehen wir mal kurz rüber. Normalerweise steht da oben noch immer so ein kleines Schildchen. Wie bei Autos unten links. So, wir sollten mal die 160 halten. Sonst sind wir nämlich tatsächlich der historische, weil ich würde das jetzt einfach mal als historischen Sonderzug betrachten, was wir hier fahren. Sonst blockiert der wieder alles. Und das ist blöd. Das ist sehr blöd. So, aber jetzt sind wir auf freier Strecke. Hoffentlich ohne überhitzte Fahrmotoren. Aber das finde ich so toll. Das finde ich so toll, dass sowas geht eben. Dass man da eben auch mal die Fahrmotoren überhitzen kann. Oder irgendwas, äh... Ja, irgendwas halt Besonderes. Etwas, was Abwechslung bietet, was unvorhersehbar ist. Wobei, wenn man die Fahrmotorenlüfter nicht einschaltet. Wobei, ich habe sie eigentlich eingeschaltet. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte sie auf Auto eingestellt. Mir fällt übrigens gerade noch ein, dass wir unbedingt auch mal mit einer BR-103 fahren müssen. Oder die E-03. Diese wunderschöne E-Log. Aber das wird sich auch irgendwann mal ergeben, denke ich. Auf jeden Fall. Das muss sich ergeben. Weil das ist wirklich eine wunderschöne Lok. Viele bezeichnen sie als die Lok. Es gibt sogar eine ganze Website über diese Lokomotive. Und letztens habe ich noch gesehen, man konnte sie auf Ebay für... Waren es 99.999 und 99 Cent kaufen. Aber man konnte sie auf jeden Fall kaufen. Fand ich cool. Also war nicht mehr fahrbereit. Aber trotzdem. Es war eine Original-Lokomotive. Sehr faszinierend, das Ganze. Sehr faszinierend. So. Ja, jetzt hier beruhigt sich auch die Framerate wieder. Aber es ist echt wahnsinnig immer, wie anspruchsvoll der Train Simulator doch ist. Und vor allem, wenn man dann eben noch so Grafik-Verbesserungstools darüber packt, dann... Bei meinem Rechner geht dann nichts mehr. Also... Ist ja generell so, das darf man nie unterschätzen. Simulationen sind da ziemlich anspruchsvoll. Das vergisst man manchmal. Liegt vielleicht auch daran, dass sie nicht zwingend immer so optimal programmiert sind. Aber manchmal ist es halt auch viel, was geladen werden muss. Gerade im Bereich Flugsimulation ist das ja wahnsinnig. So. Da muss ich nochmal kurz hüsteln. Aber das kommt vor. Mal kurz. LZB haben wir ja hier nicht im Zug. Ah, 101. Ich dachte, ich hätte die alle ausgetauscht. Weil ich sehe die 101 nicht so gerne vor Güterzügen. Also, ich habe ja schon nachgeguckt. Es war tatsächlich mal eine Zeit lang, äh... Nicht im Trend, aber man hat es gemacht, dass man eine 101 vor Güterzüge gespannt hat. Aber da das heute gar nicht bis selten oder, ja, selten bis gar nicht passiert, ähm... Finde ich es eigentlich schöner, wenn da was anderes vorgespannt ist. Einfach nur des Realismus wegen. Aber gut, werde ich verschmerzen können. Weil teilweise habe ich eben auch die, äh... Loks ausgetauscht. So. Wir können gleich auch mal in die Fahrgastansicht gehen. Ich muss mal kurz gucken, ob das irgendwie mich betrifft da hinten. Aber ich glaube, für mich ist es einfach nur grün. Grüne Welle. Sehr schön. Zu unserer Linken kommt wieder ein Regionalexpress da hergefahren. Ne, auch kein Zusatz. Ah ne, der hält da. Ja. Wir gehen jetzt mal in den Fahrgastraum. Da sehen wir auch den Regionalexpress. Hier rauscht es schön. Generell der Innenraum ist eigentlich, also jetzt von den Texturen her... Ja. Aber es ist schön. Kann man schön so aus dem Fenster gucken. Haha. Hier hat man gerade was Wunderschönes gesehen. Ich hoffe, dass man das jetzt gleich nochmal sehen wird. Ja. Es gibt Kurvenüberhöhungen auf dieser Strecke. Das ist ja vielen sehr wichtig. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön. Weil es ist möglich und... Ja, warum nicht? So. Hier ein schöner gemischter Güterzug. Wunderbar. Übrigens kleine Anekdote, wie ich an diese Lokomotive und an die Wagen rangekommen bin. Das ist eine Sache, die ich jeden nur empfehlen kann. Wirklich. Äh... Zu Weihnachten. Ich glaube es ist immer zu Weihnachten oder so. Oder um diese Zeit. Sollte man des öfteren mal bei der Seite von Virtual Railroads vorbeigucken. Weil... Wenn man dort angemeldet ist, äh... Kann man Geschenke abstauben. Das ist tatsächlich so. Und das ist einfach, weil viele ja auch sagen, so... Ja, es ist teuer oder so. Aber an den Zug bin ich halt, äh... kostenlos. Komplett kostenlos dran gekommen. Weil den schicken die dann einfach einen zu. Das ist total cool. Also man kann den dann einfach kostenfrei da, äh... ordern. Und das ist echt eine schöne Sache. Und das machen die halt jedes Jahr, wenn ich da richtig informiert bin. Und, äh... Mal gucken, was dieses Jahr kommt. Ich bin gespannt. Ich werde auch mal wieder gucken. Aber kann ich halt für diejenigen empfehlen, äh... Die sich das vielleicht auch einfach mal nur angucken wollen. Die vielleicht skeptisch sind, ob, äh... Die Fahrzeuge ihr Geld wert sind oder so. Da kann man das halt mal kurz nachprüfen, so. Und testen. Das ist auch ein cooles Angebot von denen. Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden mit den Zügen bin. Allerdings, äh... Muss man dann meistens noch ein Szenario dazu holen und so. Und das ist alles immer ein bisschen komplizierter. Und es gibt ja dann Szenarien. Wo man quasi den ganzen Fuhrpark braucht und... Also egal jetzt, ob von Virtual Railroads oder Rail Traction oder ich weiß nicht was. Aber auf jeden Fall kann es dann eben ganz schnell passieren, dass man dann so viele Fahrzeuge braucht, dass es einfach so teuer wäre. Und wenn man jetzt, sag ich mal, nur eine Lok fahren will und dann, äh... Die ganzen Züge drumherum braucht, dann ist das eigentlich Quatsch. Aber... Eben mit gewissen Tools kann man dann eben auch so einen Zug einfach einsetzen, wo man will. Das finde ich halt schön. Aber was mir immer noch fehlt... Das wäre so schön. Das wäre so schön. Also ich habe gehört, dass es theoretisch sein könnte oder machbar wäre. Und zwar hier den Bugfahrplan. Den elektronischen Bugfahrplan natürlich zum Laufen zu bekommen. Weil... Das wäre so das... Das wäre so ein kleines Highlight für mich persönlich. Also... Ich weiß nicht, natürlich hat man unten das aber... Man muss sich vorstellen, wenn dieses Ding laufen würde und man da nur ab und zu mal drauf guckt, dann könnte man auch komplett ohne das fahren. Dann würde man die ganze Zeit so fahren. Das ist ja das, was man bei Zuzi sehr gut machen kann. Also wirklich, weil... Zuzi will ich eigentlich auch mal spielen. Wirklich. Also habe ich schon, aber noch nicht aufgenommen. Unter anderem, weil... Viele Leute sind da wohl sehr skeptisch, aber gerade deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal aufnehmen. Es ist halt eine besondere... Es ist halt wirklich eine reine Simulation. Es ist sehr trocken, sage ich mal. Und nicht sehr farbenfroh. Also es gibt schon inzwischen Farben und Texturen tatsächlich. Aber es ist halt immer noch eine recht trockene Simulation. Und das schreckt die meisten glaube ich ab oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was genau da passiert, aber... Nicht alle kommen damit klar. So muss man es sagen. Aber auf jeden Fall, da kann man sich eben dann zum Beispiel auch den Buchfahrplan direkt ausdrucken. Und... Oh, das waren nur 189, die ich da hingestellt habe. Und es ist auf jeden Fall so, dass das eigentlich ziemlich cool ist. Weil man kann eben mit dann Funktionen oder mit gewissen anderen Anwendungen auch von Susi den Buchfahrplan sich zum Beispiel auf den zweiten Monitor packen oder auf den Laptop oder so. Das ist cool. Kann ich nur immer wieder sagen. Und ich meine, das ist natürlich auch möglich. Hier haben wir unsere Kilometrierung, von der wir uns dann orientieren könnten. Das wäre einfach nochmal ein großes Stück realistischer. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, zum Beispiel Susi jetzt konzentriert sich ja eigentlich nur auf die deutschen Züge und deutschen Strecken, während sich der Train Simulator ja quasi weltweit zu Hause fühlt. Also egal ob Amerika, England, irgendwie, was gibt es noch? Es gibt noch verschiedene, chinesische Strecken gibt es ja auch. Boah. Es gibt schon einiges. Französische jetzt auch. Und da müsste man ja immer einen neuen Buchfahrplan machen, weil der ist ja nicht immer wie in Deutschland, ne. Aber das heißt, das wäre sowas, glaube ich, wo... Man jetzt... Dovetail Games oder Cujo oder wer jetzt da alles sich für verantwortlich fühlen könnte, gar nicht... Huch, was ist denn da los? Da schwebten Bäume. Naja. Auf jeden Fall kann man die dafür... Na, ich glaube, das ist kein Fall für die leider, sondern eher für die Modding-Community. Aber das wäre auf jeden Fall schon eine richtig coole Sache. Vielleicht gibt es ja auch schon sowas ähnliches, weil es ist ja auch möglich irgendwie, aber... Ich meine, natürlich könnte ich mir jetzt auch einen Buchfahrplan hier zusammenbasteln. Ich weiß nicht, ob die Strecke 1 zu 1 ist, auch mit der Kilometrierung. Hm. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant. Sehr schön finde ich hier übrigens in dieser Lok auch, dass man hier... seine... seine Tasche und seinen... Kaffee oder seine Thermos-Kanne hat. Bei mir wäre da jetzt kein Kaffee drin, weil ich bin tatsächlich... kein Kaffeetrinker. Äh... höchstens ein Espresso tatsächlich. Also es ist ziemlich lustig, weil eigentlich wollte ich nie Kaffee trinken und ich fand's auch irgendwie... blöd, aber... irgendwann habe ich doch angefangen... mit Espresso. Espresso geht manchmal. So. Ja. Huch. Es sind die kleinen Dinge. Das sage ich ja immer wieder. Also bis jetzt bin ich von der Strecke echt... äh... Ich finde sie schön. Und ich mag das Fahrzeug und alles. Es ist schön soweit. Aber gerade hat man gesehen, also... von der Oberleitung wird ja manchmal... also die wechselt ja immer wieder, weil... man kann ja nicht irgendwie... ich weiß nicht wie viele hundert Kilometer in einem Stück Oberleitung verlegen. Und deswegen haben wir gerade auch wieder gesehen, hier kommt was... dazu und da wieder weg, ne. Das heißt, da ist immer so ein Wechsel. Das wird man gleich auch nochmal sehen. Und gerade endete der Wechsel... im Nichts. Das heißt, da schwebte... ein Stück Oberleitung in der Luft. Gucken wir mal kurz, ob wir hier eine schöne Kameraposition finden. Ah, Mr. Vase. Oh, ich höre gerade, äh... die Tante Ju. Ein wunderschönes altes Flugzeug, was scheinbar gerade über mein Haus fliegt. Wunderschön. Wunderschön. Oh, wir fahren schon ein bisschen zu schnell für diesen Zug. Das sollten wir mal anpassen. Aber Zeit für ein paar schöne Screenshots. Ist auf jeden Fall. So, wann haben wir denn den nächsten Halt? Nur damit ich mal Bescheid weiß. Hä, hier fehlt ein Bahnsteig. Da fehlt ein Bahnsteig. Also ich weiß, es kann sein, dass das... nicht geladen hat jetzt, aber... da fehlt ein Bahnsteig. Hä? Ich meine, wenn jetzt mit den... mit den Zügen oder mit dem Fahrplan irgendwas falsch ist, dann kann es sein, dass ich es war. Dass ich was am Szenario kaputt gemacht habe. Weil ich ja wie gesagt einige Sachen ausgetauscht habe, aber... dass da ein Bahnsteig fehlt, damit habe ich nichts zu tun. Also da ziehe ich mich aus der Verantwortung. Hm, komisch. Wieso fehlt da ein Bahnsteig? Ein Mysterium. Ein Mysterium. So. Das war eigentlich gerade... Ich dachte da unter uns wäre auch noch eine Strecke gewesen. So. Da hinten ist auch wieder einiges los. Rauschen wir jetzt mal durch hier. 161. Bisschen zu schnell. Aber gut, das ist noch im Toleranzbereich, würde ich sagen. Da hinten zweimal die Barroya 151. Einmal mit Erz und einmal... mit Kesselwagen. Ja, Kesselwagen. So. Ja, und so kann man jetzt einfach schön fahren. Ich weiß nicht, was es noch für Szenarien gibt. Also ich kann ja vielleicht auch noch mal eventuell dann anpassen. Könnte man auch mal mit anderen Zügen hier rumfahren. Ich weiß, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so realistisch. Wobei jetzt gerade ist das für mich einfach so ein historischer Sonderzug. Aber... Dann könnte man auch eigentlich mal sagen, so... Was wollt ihr fahren, ne? Ich meine, es gibt ja auch bei anderen, zum Beispiel... bei Rob spielt. Um jetzt nochmal auf ihn zurück zu kommen. Gibt es ja auch so was wie ein Wunschkonzert. Also Quick Drive Wunschkonzert. Wo er quasi alles zeigt und... so alle Strecken und alle Lokomotiven. Und dann kann man eben dafür stimmen, dass eine bestimmte Strecke und ein bestimmter Zug drankommt. Einfach in den Kommentaren. Weiß nicht, ob ich mal sowas mache. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Wobei ich Angst habe, dass da irgendwas ganz komisches rauskommt. Irgendwie fahre TGW auf... Frankfurter U-Bahn oder so. Dann... Geht. Es geht. Es geht alles. Das ist wirklich das Lustige. Es geht tatsächlich. Wer auf Steam vielleicht meine Fotos sich anguckt, der wird auch sehen, dass es geht. Es sieht nur sehr komisch aus, wenn auf einmal... Ja, der auf einmal so ein TGW durch die Stadt fährt. So. Ja, wie weit müssen wir denn noch? Gucken wir mal ganz kurz nach. Ui, ist ja noch einiges hier. Da sind wir noch lange unterwegs. Naja, aber wie wir weiterkommen, hoffentlich ohne Sifa-Zwangsbremsung, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Euer Zengis.